Nein, das war ein kleiner Blumenstraß, den er mitgebracht hatte. Echt klein. Hast du gesehen, was er angezogen hatte? Das T-Shirt hat er bestimmt bei Kik gekauft. Genau. Und seine Uhr? War keine Rolex oder das weiß ich. Wahrscheinlich hat er kein Geld. Das geht doch nicht. Du bist ein Geschäftsführer. Aber leider, dein Schwiegersohn ist eine Arbeitlose. Das geht doch nicht.